Musik Freitagabend, Scholarina, großen Kneten. Es ist endlich wieder Kreisliga. Fuchs mit der 3, Janis Euthmann. Die 7 trägt unser Finn Mayer. Mit der 8, Tobias Schönbruch. André Reimann, zurück aus der Corona-Fraktion. Die 60. Minute der 1-2-1-Aufgleich. Musik 72. Minute der 1-2-Aufgleich. 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 2-1-Aufgleich, 2-1-Aufgleich, 2-2-Aufgleich. Ja! 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 Sold Silber, Koren mehr! 可愛 kahne Körner 82ste Schwimmbote! Spannige bitte! Das 3-2-2 für den TSV-Großensleben, unser Torerschütze mit der Nummer 9, Mathis Asche. Das 3-2-2-2 für den TSV-Großensleben. Für unseren TSV-Großensleben, Torschütze erneut der beste Torjäger der Kreisliga, unser Nummer 9, Mathis Asche. Und das 3-2-2-2 für den TSV-Großensleben. Dasselbe und den anderen TSV aus Gandak-Kesi. Sollteisme, kunknönehause, ob die Leidt noch in 3 Moments. Untertitelung des ZDF, 2020